Eine Blockchain ist wie ein öffentliches Register, zum Beispiel für Zahlungen, Kaufverträge und Testamente. Solche Transaktionen werden verschlüsselt und unveränderbar in Datensätzen gespeichert. Das sind die sogenannten Blöcke. Diese Blöcke werden dauerhaft, unveränderlich und chronologisch zu einer Kette verknüpft. Daher der Name Blockchain. Keine einzelne Person und keine einzelne Organisation kann diese Kette alleine verändern. Jede neue Transaktion wird als neuer Block an die Kette angehängt und in einem weltweit verteilten Netz an Rechnern gespeichert. Das macht sie sehr sicher und garantiert korrekte Transaktionen selbst bei Cyberattacken. Das Modell der Blockchain wurde erstmalig für die digitale Währung Bitcoin entwickelt. Als Buchhaltungssystem für alle jemals getätigten Transaktionen. Neueste Blockchain-Systeme unterstützen sogenannte intelligente Verträge, die Ereignisse miteinander verknüpfen. Eine smarte Fabrik könnte zum Beispiel automatisch Schrauben nachbestellen und direkt bezahlen, sobald der LKW sie geliefert hat. Ganz ohne menschliches Eingreifen.